Das Thema des heutigen Abends ist ja als Fragestellung formuliert worden. Ist die deutsche Einwanderungs- und Asylpolitik gescheitert? Und Sie werden sich nicht wundern, wenn ich dann ganz einfach und deutlich sage, nein, dann werden Sie sich wundern, also sage ich dann lieber ja. Also sie ist natürlich gescheitert, aber die Frage ist ja mal zu untersuchen, was ist denn da eigentlich gescheitert und warum ist es gescheitert? Das wird auch der Schwerpunkt meines Referats sein, mal die Ideologie, die dieser Politik zugrunde liegt, mal abzuklopfen auf ihren theoretischen Kern und zu fragen, gibt es nicht vielleicht auch einen Grund, warum das gescheitert ist, der außerhalb nur des politischen Handelns ist. Als ich einem Freund erzählt habe, dass ich zu diesem Thema Vorträge halten werde, hat er zu mir gesagt, du bist ja verrückt geworden und da kannst du nicht auf das Tretminenfeld gehen, da machen sie dich wieder zum Nazi und so weiter. Gestern habe ich im Facebook gelesen, es gibt nur noch zwei Arten von Deutschen, Dummies und Nazis. Ich wusste jetzt nicht, wo ich hingehöre, aber es wird schon was sein. Aber trotzdem, ich habe als Kind immer den hübschen Satz in der DDR gehört, es gibt nichts Schöneres, als auf einem Tretminenfeld Hopse zu spielen und das machen wir heute Abend. Ich will vorausschicken, nicht der Fremde ist der Feind. Und wer uns sowas unterstellt, Fremdenfeindlichkeit, Xenophobie und alle diese Dinge, der will nicht zuhören. Der Fremde ist in der Regel daran unschuldig, dass er zu uns flüchten muss. Aber die Frage ist, wie unsere Gesellschaft mit diesem Zustand umgeht. Und das ist das eigentliche Problem. Nehmen wir mal eine Meldung aus den letzten Tagen. Wir haben massenhaft Brandanschläge gegen Asylbewerberunterkünfte, die nach den ersten vorschnellen Meldungen der Medien in der Regel ausländerfeindlich motiviert sein sollen. Obwohl es dafür meistens noch gar keine Beweise gibt. Aber nehmen wir mal an, es sei so. Wir haben hier in Sachsen die kritische Situation in Freital mit wöchentlichen Demonstrationen, oder täglichen Demonstrationen eine Zeit lang sogar. Wir haben in Meißen eine Problemsituation. Ich habe mich fast verrückt gelacht, wie blöde diese Leute sind. Da erzählen die uns doch immer dieses Märchen, die Leute sind nur deshalb gegen die Heime, weil sie nicht rechtzeitig informiert werden. Nehmen wir das jetzt mal ernst. Also machen die ein halbes Jahr vorher, nämlich Anfang Januar sollen da nach Kesselsdorf Asylbewerber kommen, machen die also ein halbes Jahr vorher eine Versammlung mit den Einwohnern. Die fliegt ihnen um die Ohren. Weil die Leute eben nicht einverstanden sind damit, dass ihr Ort überflutet wird. Ja, liegt es also doch nicht daran, dass die Leute nicht vorher informiert werden, sondern am Problem liegt es. Und dieses ganze Geschwätz auch von ihrem Ministerpräsidenten hier in Sachsen, es liegt nur daran, dass die Leute nicht mitgenommen und einbezogen werden. Das ist doch alles nur Augenauswischerei. Es gibt ein echtes Problem und es gibt einen echten Willen der Bevölkerung, daran mitzugestalten und auch Nein sagen zu dürfen. Und Politiker, die sich hinstellen, wie der sechstische Ministerpräsident, egal was die Leute sagen, wir setzen das Heim an diesem Standort durch. Das sind keine Demokraten. Ebenminister Demisea hat vor 14 Tagen in einem Pressegespräch gesagt, ich muss konstatieren, jetzt muss ich mal die Brille wechseln, ich muss konstatieren, dass es nicht zu übersehen ist, dass bei einem kleinen Teil der Bevölkerung der Frust und sogar die Wut steigen. Ein richtiger Satz, das Wort klein ist bloß falsch. Wir wollen ganz klar sagen, wir wollen keine Pauschalisierungen, nicht alle Ausländer sind schlecht und wir müssen aber genauso sagen, nicht alle Ausländer sind kulturelle Bereicherungen. Und dieser zweite Teil fehlt immer. Uns werden immer im Fernsehen Beispiele vorgeführt für besonders gut integrierte Leute. Ich habe jeden Tag beruflich mit Leuten zu tun, die überhaupt nicht integriert sind, die nach 15 Jahren noch nicht mal die Sprache können. Also wir brauchen beide Seiten der Medaillen um ein wahres, ungeschminktes Bild der Lage zu bekommen. Warum ist also die Einwanderungs- und Asylpolitik gescheitert? Weil es gar keine Politik gibt. Denn Politik ist eigentlich der organisierte, systematische Zusammenhang von Interessenbildung. Und wir haben weder Organisiertheit noch Systematik, noch das werden die Interessen der verschiedenen Seiten auch nur artikuliert. Vor AfD und Pegida war jeder, der das Thema auch nur angeschnitten hat. Öffentlich oder im halböffentlichen Raum. Entweder ein Stammtisch, Parolenvertreter oder Nazi. Gott sei Dank haben wir durch AfD und Pegida eine Öffnung der Debatte bekommen. Aber Sie sehen ja alle, wie die Medien damit umgehen. Wir haben also gar keine Politik. Wir haben nur ein situationsbedingtes Agieren. Und was mich an diesem situationsbedingten Agieren als Wissenschaftler am meisten stört, hat der bedeutende deutsche Migrations- und Bevölkerungsforscher Gunnar Heimsohn ein Buch geschrieben, Söhne ohne Weltmacht. Und hat vorausgesagt, welch ein Migrationsdruck auf Europa zukommt. Und jetzt kannst du jedes Jahr an der Tabelle nachlesen, dass genau die Zahlen, die er vor über zehn Jahren vorausgesagt hat, eingetreten sind und jeden Tag eintreten. Hat die Gründe genannt, die Ursachen benannt. Und hat gefordert, die Politik muss Lösungsstrategien entwickeln. Sie haben zehn Jahre lang nichts getan. Das sind verantwortliche Politiker in Deutschland, die einfach nichts tun, die einer drohenden Gefahr entgegensehen und nichts tun. Und da bleibt natürlich die Frage, warum haben sie nichts getan. Ein zweites Problem vorab ist, wenn wir von Einwanderung reden, dann müssen wir natürlich gucken, wie ist das auf diesem Planeten. Da gibt es also offensichtlich klassische Einwanderungsgesellschaften und klassische Auswanderungsgesellschaften. Die klassischen Einwanderungsgesellschaften haben alle, da können Sie nach Kanada gucken, da können Sie nach Australien gucken, da können Sie sogar in die USA gucken, einen mehr oder weniger starken Zwang zur Integration. Da ist es nicht im Belieben des Einzelnen, ob er sich integriert, die Sprache erlernt, einen Job sucht und so weiter, sondern wenn er es in Australien nach einem halben Jahr nicht geschafft hat, dann geht er wieder. Deutschland, die Situation ist gekennzeichnet durch einen Nichtrechtszustand. Wir haben weder eine demokratisch verfasste Entscheidung darüber, ein Einwanderungsland zu sein, noch haben wir irgendeine Form von plebiscitärer Beweinungsbildung, wie wir mit den Einwanderungen umgehen. Es gibt nicht mal vernünftige Gesetze dazu. Wir haben zwei Schlagworte, die das ganz deutlich umreißen, nämlich die beiden Schlagworte Parallelgesellschaft, oder Parallelgesellschaft ist das wichtigste Schlagwort. Dieses Basis von der Parallelgesellschaft sagt ja gerade, dass die Einwanderung nicht gelungen ist. Die Türken, also nicht alle, aber ein Teil ihrer Lobbyorganisationen, fordern ja inzwischen nicht mehr Integration. Das wird ja sogar vom ehemaligen türkischen Ministerpräsidenten als Verstoß gegen die Menschenrechte bezeichnet, Integration zu fordern, sondern sie fordern Partizipation, also gleichberechtigte Teilhabe. Dagegen können wir ja mal diskutieren, aber bitte in einem offenen demokratischen Diskurs. Und nicht, dass immer nur eine Seite sagen darf, wir wollen Partizipation und wir werden gar nicht gehört. Ich stehe hier ganz klar für die bedingungslose Verteidigung des Grundrechts auf Asyl. Dieses Grundrecht auf Asyl ist eine der wesentlichen Schlussfolgerungen, die aus dem nationalsozialistischen Verbrechen zu ziehen waren und wir haben sie gezogen. Aber es fällt mir immer schwerer, ein Grundrecht zu verteidigen, das millionenfach missbraucht wird. Das ist das Problem. Nicht das Grundrecht auf Asyl ist das Problem, sondern die Tatsache, dass mehr als 80 Prozent der abgelehnten Asylbewerber das Land niemals mehr verlassen. Und da sind wir bei einem zentralen Problem. Demokratie hat einen zentralen Grundsatz, seit es demokratietheoretische Überlegungen gibt. Die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Das ist die Basis der Demokratie. Jeder Mensch wird vom Gesetz gleich behandelt, deshalb ist er auch gleich als Staatsbürger. Wenn es also ein Asylgesetz gibt, was festlegt, dass in einem anerkannten Verfahren das juristisch überprüft werden kann, Leute das Asylrecht bekommen und andere nicht, dann muss aus diesem Gesetz auch eine Handlung folgen, nämlich die Handlung zur Einleitung des Gesetzes. Wenn Sie bei Rot über die Straße gehen und es sieht zufällig ein Polizist, kriegen Sie ein Ticket. Wenn jemand sich hier jahrelang illegal aufhält, passiert gar nichts und aufgrund der Asyllobbyindustrie wird er dann schleichend eingewandert. Dieser Zustand von zweierlei Recht oder von Recht und bestehenden Unrechten nebeneinander ist demokratiegefährdend. Und wer sich wundert über das Aufkommen von nationalsozialistischen Umtrieben und anderen bösen Sachen, der hat die Grundlage selber gelegt, indem er zulässt, dass wir in Deutschland zweierlei Recht haben. Das kann keine Demokratie aushalten und das ist die Zentralwurzel aller unserer Probleme. Das Recht muss für alle gelten und wenn wir ein Asylrecht haben, was unzureichend ist, bitte schön, dann lasst uns morgen in einen großen demokratischen Dialog eintreten, wie man das Asylrecht verbessern soll, wenn wir es auch aufweiten. Aber dann muss auch die Abschiebung besprochen werden und wir müssen alle daran beteiligt werden. Und nicht irgendwelche, wie das neulich in der FAZ hieß, jakobinische Eliten, die uns vorschreiben, was wir zu denken haben. Das ist das zentrale Problem dieses Themas. Nicht, dass wir keine vernünftigen Gesetze haben, sondern dass diese Gesetze nicht angewendet werden und wir dadurch den Zustand von zweierlei Recht haben. Und keine Gesellschaft, die demokratisch verfasst ist, kann mit zweierlei Recht leben. Das ist ausgeschlossen. Da verweise ich auf die vielen interessanten Ausführungen von Professor Schachtschneider. Die Flüchtlingsunterbringung stößt also zunehmend auf massiven Widerstand der Bevölkerung, zum Teil aus rationalen Gründen, zum Teil aus irrationalen Ängsten, sagen die Medien. Ich kann immer nur sagen, Angst ist von Anfang an irrational und es gibt ein Menschenrecht auf Angst. Wenn jemand Angst hat, muss man nicht darüber diskutieren, warum er Angst hat, sondern muss die Gründe für die Angst beseitigen. Und alles andere ist der typische Verrat der Medien an den Völkern. Ich will aber jetzt zum Eigentlichen kommen, nämlich zu der Frage, was heißt eigentlich, Multikulti ist gescheitert? Diesen Satz haben alle schon mal gesagt, auch Mutti Merkel hat es schon gesagt, aber keiner sagt uns, was da eigentlich gescheitert ist. Ist da eine politische Praxis gescheitert oder eine Ideologie? Ich sage, es ist beides gescheitert. Eine politische Praxis und eine Ideologie. Ich will mich aber jetzt mal ganz kurz, als gelernter Philosoph ist das ja mein Job, auf die Ideologie konzentrieren. Denn eine falsche Ideologie führt zwangsläufig zu einer falschen Praxis. Also müssen wir fragen, ist diese Ideologie im Kern richtig oder falsch? Um eine Sache zu begreifen, Lehrtegel, muss man ihr Werden verstehen. Also müssen wir fragen, wie ist denn die Multikulti-Ideologie geworden? Wie ist sie denn entstanden? Wo kommt sie denn her? Die ursprüngliche Einwanderungsideologie in den USA war die Ideologie vom Melting Pot, vom Zusammenschmelzen der Völker in einem großen Topf. Dadurch sollten die verschiedenen Kulturen eingeschmolzen werden, um einen wie auch immer gearteten Amerikaner als neuen Bürger zu kreieren, der irgendwie Elemente von allem hat. Leute, die Menschen erschaffen wollen, sind wir sowieso suspekt. Aber die Realität widersprach und widerspricht dieser Ideologie vom Melting Pot. Die Chinesen wohnen in Shilatown, Juden ihren Schikanus in ihren eigenen Vierteln mit ihrer eigenen Infrastruktur, mit ihrer eigenen Kultur, mit ihrer eigenen wirtschaftlichen Lebensweise. Man will unter sich bleiben, auch in dem neuen Heimatland. Einer vor allen Dingen will unbedingt unter sich bleiben. Die weiße, protestantische Oberschicht der Neuenglandsstaaten an der Ostküste. Die berühmten 100 Familien, die die USA regieren, die wollen sowieso gar nicht, dass da jemand reinkommt. Und ein riesiges Problem, was in der deutschen Debatte meistens unter den Tisch gekehrt wird, verschwiegen wird, nicht ausgesprochen wird, ist, dass es nicht nur kulturelle Barrieren und Klüfte zwischen diesen verschiedenen Völkerschaften und Ethnien gibt, sondern vor allen Dingen auch religiöse. Englische und deutsche Protestanten sind Spinnefeind mit katholischen Iren, Polen, Mexikanern und anderen Südamerikanern. Da sind nicht nur kulturelle, sondern auch tief religiöse Unterschiede, die die amerikanische Gesellschaft bis heute dominieren. Sonst wäre so ein Phänomen wie der Bible Belt oder die ebelang-ebelikanischen Kirchen in den USA überhaupt nicht vorstellbar. Also das Entscheidende beim Melting Pot, das Einschmelzen von Kulturen in Ethnien, ist nicht gelungen. Was macht man nun? Man ist auf eine ganz schlaue ideologische Idee gekommen, die nicht so selten ist. Man macht aus dem Ist-Zustand eine neue Ideologie, indem man den Status quo als das zu erreichende Ziel formuliert. Also die Multikulti-Ideologie. Man behauptet nun, dass tatsächliche, abgrenzende, nebeneinander verschiedene Ethnien mit ihren verschiedenen Traditionen, Religionen und Kulturen sei kein Zusammenhang neuer Konflikte und Spannungen, sondern der erstrebenswerte Glückszustand, in dem ein ständiger Prozess des Austauschs mit dem Ziel gegenseitiger Befruchtung und Bereicherung stattfinden würde. Also man erklärt das gescheiterte Konzept als das eigentliche Ziel und sagt, jetzt beginnt das frohe Leben, alle sind glücklich, jetzt bereichern wir uns. Allerdings hat Multikulti, wenn man die Schriften der Vertreter liest, auch ein weiteres Ziel, was nicht so im Vordergrund steht. Die Bereicherung und Befruchtung soll von einem Nebeneinander der Kulturen erst zu einem harmonischen Miteinander und schließlich doch zum Inivillieren, zum Aufheben der Verschiedenheit in einer neuen symbiotischen Einheit führen. Am Ende soll also doch wieder die Einheit stehen. Aber eben über den Zwischenschritt des harmonischen Miteinanders. Es soll also der neue Mensch entstehen. Was ist der neue Mensch? Da könnte ich jetzt lange drüber reden, ich sage es ganz kurz. Der neue Mensch ist eine einheitliche Konsumentenmaschine, die maximal verwertet werden kann, die keine eigenen Interessen ausbildet, als unterschiedslos normiertes Wesen zu unterschiedslos genormten Waren passt. Das ist der neue Mensch. Wer den will, naja, der soll es dann machen. Wir in Europa, und das ist auch der Kern, aus dem Kompakt natürlich in seiner Grundideologie kommt, stehen in der Tradition der europäischen Aufklärung. Die zentrale Idee der Aufklärung war, den Menschen durch Bildung zu verbessern. Das heißt, der aufgeklärte, der gebildete Mensch sollte Herr seines eigenen Schicksals werden. Eine große Hoffnung, die bis heute nicht eingelöst ist, aber die wir schrittweise natürlich verwirklichen. Die Multikulti-Ideologie tut nun so, als sei das auch ihr Ziel. Indem man den Wert des anderen zu schätzen weiß, also indem man lernt, soll der Respekt vor dem anderen zu einer wahren Harmonie führen, und zwar von allen mit allen. Es geht Ihnen also um das Moment, der Einheit aus der Vielheit. Aber betrachtet man diese Einheit, die Sie da fordern, mal genauer, ist es einfach eine dumme Gleichmacherei. Im Gegensatz dazu ist das Ziel eines wahren Humanismus, der aus der Aufklärung kommt, die Bewahrung der Vielheit, der Respekt vor der gewordenen Vielfalt, die Bejahrung des Unterschieds. Das ist der philosophische Kern, warum das nicht zusammenpasst. Um das zu verstehen, ein ganz kurzer philosophischer Exkurs. Die Dialektik lehrt uns drei Dinge. Alle Dinge sind unterschieden, deswegen können wir sie überhaupt erkennen. Wenn alles ein einheitlicher Amorfer Brei wäre, könnte man nichts erkennen. Weil wir Unterschiede sehen, können wir überhaupt irgendwas erkennen. Das ist einfach. Dann sagt die Dialektik, und manche Dinge sind gegensätzlich. Also unterschieden ist Wald und Schuh, aber schwarz und weiß, oder Mann und Frau, oder du und ich, wir sind auf eine bestimmte Weise bezogen, nämlich gegensätzlich. Wir sind das Gegenteil von dem anderen. Also ist der Unterschied die fundamentale Struktur von Sein und Denken, und der Gegensatz ist sein Spezialfall. Das müssen wir vorausschicken und wissen, damit wir verstehen, was das Problem ist. Und das dritte, was uns die Dialektik lehrt, alle Dinge hängen mit allen zusammen. Das ist erstmal trivial, dass alles mit allem zusammenhängt. Und zwar auf eine ganz bestimmte Weise, nämlich als Gegensatz, als Unterschied, als Widerspruch. Und darin liegt die eigentliche Dynamik des Erkennens. Nun will die Multikulti-Ideologie vor allen Dingen den Rassismus bekämpfen. Was ist er also und wie bekämpfen sie ihn? Der Rassismus ist eine Dummheit in einer Hinsicht, weil er einen Unterschied zu einem Gegensatz macht. Weil er einen nicht akzeptierten Unterschied vollkommen übertrieben artikuliert, begründet dieser abstrakte Gegensatz den Rassismus. Statt die Verschiedenheit zu loben, wie das ein Aufklärer machen würde, wird der Gegensatz konstruiert. Es wird nicht die eigene Identität gestärkt, sondern man definiert sich nur über sein abgrenzendes Anderssein, also negativ und nicht positiv durch sein Besonderssein. Und eine negative Selbstdefinition führt nicht nur zum Selbsthass, sondern auch zum Hass auf andere. Aber die Multikulti-Ideologen fallen genau auf dieses Denkungetüm, dieses rassistische Denkungetüm rein, indem sie behaupten, der Rassist sieht den Neger nur braun, den Indianer nur rot, aber er will und kann nicht das gemeinsame Menschen erkennen. Das gemeinsame der Menschen, die da rot, braun, grün, gelb sind. Grün noch nicht, kommt erst noch. Nach TTIP sind wir alle grün. Die Multikulti-Ideologen setzen gegen dieses nicht erkennen können oder erkennen wollen einen abstrakten Satz. Alle Menschen sind gleich. Was abstrakt auch richtig ist. Und diese These, dass alle Menschen gleich sind, ist die Grundlage für jeden Humanismus. Aber damit stellt man einer konkreten Gleichheit aller Menschen in ihrer spezifischen Unterschiedenheit nur eine abstrakte Gleichheit gegenüber. Und das scheitert immer am realen Leben. Wer abstrakte Wahrheiten in der unterschiedlichen Wirklichkeit hineinprojiziert und denkt, das sind Wahrheiten, der wird immer von der Konkretheit des Seins von hinten erwischt. Konkret sind die Menschen unterschieden in Männer und Frauen, in verschiedenen Hauptfarmen. Sie kommen aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Das macht ja gerade ihr individuelles Menschsein aus. Und da ist der Satz, alle Menschen sind gleich, zwar abstrakt richtig, aber konkret falsch. Die Multikulti-Ideologen in der Absicht, den Rassismus zu zerstören, also den ungerechtfertigten Gegensatz zu bekämpfen, begehen sie meist die Dummheit, den real vorhandenen Unterschied zu negieren, abzustreiten oder einebenen zu wollen. Das ist mir oft genug in solchen Diskussionen passiert. Bis hin zu dem Satz, das bildet dir nur ein, dass der Neger schwarz ist. Das haben ja ernsthafte Wissenschaftler, das sei eine Fehlwahrnehmung. Das sei selber schon ein rassistisches Vorurteil, wenn ich sage, der Ideale ist doch aber rot und der Chinese hat eine Liedfalte. Nein, das ist eine Einbildung. Warum? Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Sie wollen es wegideologisieren. Anstatt stolz darauf zu sein, dass es die Vielfalt gibt, soll sie verschwinden, weil nach ihrer Fehlwahrnehmung ist dieses Anerkenntnis der Verschiedenheit die Ursache des Rassismus. Das ist aber nicht stimmt. Die Ursache des Rassismus ist nicht die Verschiedenheit, sondern das Entgegensetzen der Verschiedenheiten. Und das verstehen die einfach nicht. Aber Ungenauigkeiten im Denken, die dem Multikulti-Wahn zugrunde liegen, der Wirklichkeitsverweigerung, ist ein Grundfehler vieler Ideologien. Was nicht in die Zielfunktionen der Ideologie passt, wird ausgeblendet. So etwas kann nicht funktionieren, weil unser Denken mehr auf konkrete Tatsachen gerichtet ist und nicht vordergründig auf abstrakte Denkformen. Sie schütten also das Kind mit dem Bade aus. Ein weiterer Aspekt. Die Bejahrung des Unterschieds ist auch die wirkliche Grundlage und notwendige Voraussetzung für Toleranz. Denn Toleranz, was uns immer eingefordert wird, ist Resultat innerer Souveränität. Nur das in sich selbst ruhende, das konkrete, selbstische Individuum hat die Kraft zur Toleranz. Der Gehetzte, der Gejagte, der Geplagte, der Unterdrückte Mensch wird niemals Toleranz entwickeln. Und es ist eben kein Zufall, dass die Klug-Klug-Klan-Bewegung in den USA meistens aus Underdogs besteht. Eine falsche Ideologie führt immer zu einer falschen gesellschaftlichen Praxis. Deshalb ist Multikulti gescheitert. Kommen wir nun mal zu konkreteren Dingen, zu Deutschland. Den Deutschen wird nachgesagt, alle Dinge, die die Deutschen machen, machen sie besonders gründlich. Also auch Multikulti. In den USA ist der Trend längst vorbei. Die haben längst eingesehen, dass das nicht funktioniert. Bei uns wird es immer noch heftig ideologisch in den Idealitäten verteidigt. Wir kämpfen also für die Verteidigung der Rechte ehemals verfolgter Minderheiten, wie zum Beispiel der Romy, Roma und Sinti und der Juden in Deutschland. Wir kämpfen für das Recht der hier lebenden Kroaten, Serben, Italiener, Palästinenser, Polen. Wir kämpfen sogar für das Recht der freien Entfaltung der muslimischen Türken und Araber. Aber eine Gruppe ist von dem Kampf um die nationale und kulturelle und religiöse Selbstbehauptung ausgenommen, ausgeschlossen. Die deutsche Identität. Der Satz, ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, obwohl das wirklich ein hohl Satz ist, weil man kann ja nicht dafür, wovon man geboren ist, aber man kann es natürlich trotzdem sagen, wird als rassistisch, faschistisch und sonst was. Nee, man kann doch sagen, ich bin stolz, ich kann nicht stolz darauf, ein Deutscher zu sein, aber ich bin stolz auf die Tradition meiner deutschen Geschichte und Kultur. Philosophen, Denker, Dichter, Musiker, da kann man stolz drauf sein. Man kann zwar nicht dafür, aber man kann auch stolz drauf sein. Aber diesen Satz zu kriminalisieren, das ist doch das Ende von der Fahnenstange, da hörst du doch auf zu denken. Die indigene Urbevölkerung, also wir, wie das heißt jetzt neuerdings, die Bio-Deutschen, die zufälligerweise immer noch die Mehrheit der Erwachsenen in Deutschland stellt, hat kein Recht, ihre eigene Identität auszuprägen. Und dann wundern die sich, dass es jetzt eine aus Frankreich rüberkommende Jugendbewegung gibt, die heißt die Identitären, die werden jetzt in der Presse verleumt, die sagen nichts weiter als wir wollen endlich mal zu unserem Deutschtum stehen dürfen. In jedem unserer Nachbarländer wäre das ein Witz. Als wenn man Franzosen darf nicht stolz darauf sein, Franzose zu sein. Der versteht sie überhaupt nicht. Ich habe in den letzten Tagen einen schönen Kommentar gehört in der ARD, bei einer Nachrichtensendung über unseren Finanzminister, als er anfing, da vom Grexit zu reden. Also ein seltener Funke von Wahrheit. Er ist durch seine Umnachtung gedrungen. Und es kommt mir ja ganz komisch vor, dass ich jetzt Herrn Schäuble unterstützen muss, aber er hat natürlich völlig recht, das ist das einzig Vernünftige, ökonomisch das einzig Vernünftige, ist aber ein anderes Thema. Und da wird also von dem Nachrichtensprecher gesagt, Herr Schäuble wird international vorgeworfen, er berücksichtige zu stark die nationalen Interessen Deutschlands. Ja, was soll denn ein deutscher Minister anders machen, als die nationalen Interessen seines Volkes zu berücksichtigen und durchzusetzen auf internationalen Partei? Dafür haben wir ihn doch gewählt, wenn wir ihn denn gewählt haben. Also der Zustand der Selbstverleumdung in Deutschland hat solche irrsinnigen Aspekte, dass man manchmal, wenn man das anderen Leuten aus anderen Ländern erzählt, die glauben, man macht einen Witz oder man ist ein Kabarettist. Gestern hat einer gesagt in der Podiumsdiskussion, das Einzige, wo wir Deutsche sein dürfen, ist, wenn ein Fußballspielpass stattfindet. Ne, das ist ja auch noch verboten worden. Da gab es dann in Brandenburg Linksaktivisten, die haben dann die Fahnen abgerissen von den Autos und den Leuten was reingeklebt, dass das Zeigen dieser Fahne ein nationalistisches, rassistisches und chauvinistisches Symbol sein. Und wenn die Leute Strafanzeige gestellt haben, hat der Staat gesagt, können wir nicht verfolgen, wir wissen ja nicht, wer es ist, das Flugzeug ist anonym. Also während der Multikulti-Wahn versucht uns beizubringen, dass wir die Vielheit zur Einheit umformen müssen, sagen wir als Humanisten Bewusstsein der Aufklärung, die Notwendigkeit des Unterschieds ist unbestreutbar und wir brauchen den Unterschied. Die beiden Begriffe Leitkultur und Parallelgesellschaft, die beschreiben ja den deutschen Zustand. Einige wenige kämpfen für das Bestehen der Leitkultur. Wir konstatieren, vor allem in den Großstädten und Ballungsräume, dass existieren einer oder sogar mehrerer Parallelgesellschaften. In Berlin zum Beispiel haben wir mindestens drei Parallelgesellschaften, eine türkische, eine arabische und eine russische, weil die russische noch am harmlosesten ist. Aber dass wir diese beiden Begriffe benutzen, und zwar auch in der Mainstream-Presse, im öffentlichen Raum, sind ja Symptome für das Scheitern von Multikulti. Wenn es Multikulti geschafft hätte, wären die beiden Begriffe völlig inhaltslos. Und in ihren Flüchtlingsproblemen, um noch konkreter zu werden, finden alle diese Versäumnisse ihren Ausdruck. Nach einer Umfrage der EU-Kommission, also kein deutsches Meinungsforschung, sondern die EU-Kommission, lehnen 61% der deutschen Einwanderungen von außerhalb der EU ab. 29% sind dafür. Zweite Zahl, 2% aller Asylbewerber werden anerkannt, 80% der nicht anerkannten werden nicht abgeschoben. Und da gibt es nur eine einzige klare politische Antwort auf diesen Zustand. Wenn das so ist, dann fordern wir von Kompakt und auch viele Freunde in der AfD und in anderen Parteien, selbst in der SPD, gibt es Leute, die das inzwischen denken, wir brauchen eine Volksabstimmung über die Frage, ob wir ein Einwanderungsland sein wollen oder nicht. Und wenn 51,1% der Deutschen sagen, du musst damit leben, dass wir ein Einwanderungsland sind, bin ich bereit, jede Kritik einzustellen. Aber ich kenne kaum Menschen, die das wollen. Und ich kenne viele Menschen. Und die meisten Menschen, die heute das noch offen so sagen, sagen dir hinter, beim Bier, hinter vorgehaltener Hand, dass sie es eigentlich auch anders sehen. Aber das hat gar keinen Sinn, darüber zu spekulieren, ob es dafür eine Mehrheit oder nicht gibt. Wir brauchen eine demokratische Volksabstimmung, die endlich mal die Tatsachen feststellt. Es muss ein Einwanderungsgesetz her, aber nicht eins von der SPD, wo drin steht, Einwanderung soll zügellos erfolgen, sondern es muss Regeln geben, wie in jedem anderen Einwanderungsland auf diesem Planeten, klare juristische Regeln. Und dann werden wir das Ding auch lösen. Aber wir können nicht einen Zustand zulassen, dass die Mehrheit des Volkes in so einem dumpfen Ungefühl verwagt, ich glaube, ich wäre hier gerade beschissen. Das ist nicht das Wesen von Demokratie. Demokratie heißt Transparenz, heißt Offenheit, wie Gorbatschow uns im Osten beigebracht hat. Und wir brauchen diese Offenheit in der Einwanderungsfrage, sind wir nun eine Einwanderungs-, eine Willkommenskulturgesellschaft oder nicht? Also Neudeutschland hat letzte Woche einen Artikel geschrieben, Sachsen schafft die Willkommenskultur ab. Ich weiß nicht, ob es in Sachsen jemals eine Willkommenskultur gegeben hat. Mich hat keiner gefragt. Muss man aber erst mal feststellen, ob es eine Willkommenskultur gibt. Und die tatsächlichen Fakten brennen von Heimen, Bassenproteste in vielen sächsischen Städten zeigen ja nicht direkt, dass eine Willkommenskultur herrscht. Also wir brauchen hier eine demokratische Entscheidung, der wir uns dann auch unterordnen müssten, wenn wir denn überstimmt würden. Kann ja sein, dass die jungen Generation das flächendeckend anders sieht. Ich kriege das bloß nicht mit, weil ich schon zu alt bin, aber ich glaube es nicht. Ich kenne nie was, kenne ich um Leute, die so denken. Die Kosten der Migration. 6,6 Millionen Migranten kosten 600 Milliarden Euro. Das steht in der Studie drin, nicht die berühmte Bertelsmann-Studie, die vor ein paar Monaten durch die Gazetten ging. Jeder Migrant würde so und so viel Euro an Steuereinnahmen bringen. Ja, das steht im ersten Teil drin. Das sind die gut Integrierten, die einen Beruf haben und wo alles top ist. Aber die Millionen von unausgebildeten oder schlecht ausgebildeten Schulabbrechern aus türkischen und anderen islamischen Hintergründen, die kosten. Man muss also die Studie ganz lesen und ich muss wieder selektive Wahrheit machen und die Dinge erzählen, die einem reinpassen, sondern es kostet. Ich bin ja auch bereit, die Kosten zu fragen, wenn das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung entschieden hat, wir wollen das so. Aber es ist ja nicht so. Dieser Einwanderungsprozess lief ab den 60er Jahren ungeplant. Es hat niemals eine Regierungs- oder Bundestagsentscheidung gegeben, die sollen alle hierbleiben. Sondern die erste Generation kam, die sollten nur vor ein paar Jahren kommen, die ersten Türken. Dann hat die Industrie gesagt, jetzt haben wir die gerade angelangt, jetzt funktionieren die gerade richtig. Wenn wir die wieder nach Hause schicken, müssen wir noch mal die drei Jahre anlernen. Dann müssen wir schicken, das ist ja unbezahlbar. Also lasst sie doch mal hier. Und dann ist ein schleichender Prozess entstanden, der zu einem Verschieben der demografischen Gewichte geführt hat. Wer diesen Zustand will, bitteschön, dann macht eine Volksabstimmung. Aber behauptet nicht, wir sind Rassisten, wenn wir diese Volksabstimmung fordern. Und dann höre ich immer dann so hinter der vorgehaltenen Hand, naja, aber du weißt doch, wie die Abstimmung ausgeht. Ich sage, ich weiß es nicht. Und wenn sie so ausgeht, wie du glaubst, dass sie ausgeht, dann machst du doch. Multischuldi ist gescheitert, wird uns jeden Tag entgegen gebrüllt. Das ist richtig. Aber richtig falsch ist, der Nationalstaat ist ein Auslaufmodell oder der Nationalstaat ist gescheitert. Wir erleben ja gerade in den letzten Wochen und Monaten in der Griechenlandkrise, aber auch in anderen Konflikten, dass der Nationalstaat ein Gewicht gewinnt. Es ist nun mal so, dass in der gegenwärtigen Form der menschheitlichen Entwicklung der Nationalstaat die Form ist, in der sich handelnde Subjekte organisieren. Es kann ja mal sein, dass irgendwann der Weltstaat entsteht, wo wir alle miteinander auf dem Planeten friedlich leben und keine gegenseitigen Interessen mehr haben. Bin ich auch am Prinzip dafür. Aber jetzt haben wir den Zustand, dass der Nationalstaat virulent ist, dass er da ist und dass er der einzige Schutzwall in bestimmten Fragen ist. Und Leute, die uns immer wieder einreden wollen, der Nationalstaat ist ein Auslaufmodell, wollen uns eigentlich nur einreden, gebt euch selber auf. Denn wer seiner Nation und seine Identität aufkriegt, gebt sich ja auch selber auf. Wir sehen ja an zwei einfachen Beispielen in Europa, wie virulent der Nationalstaat ist. Ich sage nur die beiden Stichworte Russland und Ungarn. Die Ungarn ziehen halt eine Grenze. Trotzdem die EU dagegen ist. Und sie haben eine rigide Asylpolitik. Nächster Punkt bei diesem Thema ist der schöne Spruch von der mangelnden Solidarität in Europa. Also ich bin für europäische Standards in der Asylpolitik. Bei der Anwanderung bin ich für polnischen Standards oder tschechischen Standards. Die nehmen gar keinen. Die nehmen gar keinen. Die Polen sagen einfach, wir haben genug aus dem Osten aufgenommen. Wir sind ein katholisches Land. Wir nehmen keine Muslims auf. Europäische Standards. In vielen europäischen Ländern muss man entweder Geld vorweisen oder man darf die ersten Jahre oder Jahrzehnte nicht am Sozialsystem teilnehmen. Ich bin für europäische Standards. Warum denn mal die Standards von anderen Ländern von Holland übernehmen oder die Standards von Australien? Das heißt, es gibt nicht eine mangelnde Solidarität, sondern es gibt in anderen Ländern noch genug nationale Identität, dass die ihre wohlverstandenen eigenen Interessen zu verteidigen wissen. Bloß unsere Regierung nicht. Die tut so, als müssten wir die ganze Last alleine schultern. Das können wir nicht. Nach den neuesten Prognosen kommen bis zum Jahr 2020 450 Millionen Flüchtlinge nach Zentraleuropa. Wer soll das aufnehmen? Soll doch mal die eine oder andere grünen Politikerin ihre Wohnung schon mal vorbereiten für drei Asylbetten. Wir müssen aber auch die Frage stellen, nicht nur nach den Ursachen, das können wir jetzt lange diskutieren, worin liegen die Ursachen für diesen Flüchtlingsstrom. Und natürlich können die Flüchtlinge nichts dafür, dass sie aus diesen Ländern flüchten müssen, weil es ihnen da wirklich dreckig geht. Aber es gibt auch ein Problem. Wenn wir die aufnehmen, wie nehmen wir denn da auf? Wir nehmen die aktiven, die agilen, die handlungsfähigen Teile der Gesellschaft auf. Das heißt, wir zerstören die Zukunftschancen dieser Gesellschaften, wenn wir die hier aufnehmen. Wir müssen die eigentlich mit 10.000 Euro zurückschicken und sagen, so mach zu Hause einen Laden auf und mach was ordentliches. Weil wenn wir die auch noch aufnehmen und bei uns integrieren oder nicht integrieren, dann ist die Situation die, dass diese Gesellschaften ja niemals aus der Situation kommen, weil ihre aktivsten gesellschaftlichen Teile weggegangen sind. Das hat ja Europa im 19. Jahrhundert erlebt, was das bedeutet, wenn eine ganze Generation verschwindet. Gut, da hat man Bevölkerungswachstum, Ex-Potentielles, da konnte man das ausgleichen, aber wissen konnte das ja auch keiner. Aber das ist das Problem. Ich höre immer von den Grünen, wir müssen die Ursachen verseitigen. Da bin ich sofort dabei, als die Later Marx ist. Aber ich weiß auch, dass das mindestens 40, 50 Jahre dauert, die Ursachen von Koordinialismus und Neokondialismus zu überwinden. Das ist für jetzt keine Lösung. Also wir brauchen eine Lösung für jetzt, hier und heute und nicht eine Lösung im Niederleinstag, die uns vertröstet und die eigentlich gar kein Konzept hat. Das ist eine ziemlich große Gruppe und die wählt zu 90 Prozent die Grünen. Das ist nämlich die soziale Basis der Grünen. Und deswegen haben sie auch so eine Ideologie. Aber es gibt eine neue Gruppe und die kommt aus der Partei, im Wesentlichen, zumindest in Berlin ist es so, mit dem großen C da vor. Denn es ist nicht so, wie die meisten von uns denken, dass die Asylbetreuung eine staatliche Pflichtaufgabe und das das Behörden machen, sondern Behörden geben Geld an freie Träger und da wird zweimal und dreimal zwischenfinanziert und da schöpfen Leute Geld ab. Und diesen Sumpf müssen wir austrocknen. Wir fordern unmittelbar staatliche Pflichtaufgabe. Die Leute in den Heimen müssen Staatsbeamte sein, die Gelder müssen staatliche Heime sein und aufhören mit der Zwischenfinanzierung und dem Abschöpfen. Da gehen Millionen Werte verloren, damit sich Leute die Taschen vollschlagen an dem Elend der Flüchtlinge. Das ist ein offener Skandal. Suchen Sie mal eine Zeitung aus der Kompakt, die das versucht aufzuschreiben. Gibt es nicht. Das heißt, wir müssen die innergesellschaftlichen Ursachen für diesen Umgang mit den Flüchtlingen auch endlich mal ins Visier nehmen und nicht immer sagen, ach, die armen Flüchtlinge, ja, Sie sind so arme Flüchtlinge und die brauchen auch erstmal Hilfe. Aber es kann nicht sein, dass sich deutsche Strukturen an dieser Hilfe bereichern. Und der durchschnittliche Verbrauch ist im Augenblick so, dass ein Asylbewerber ungefähr das Dreifache von dem kostet, nicht er kriegt, kostet, was ein Hartz-IV-Aufhänger kriegt. Das ist kein Zustand. Was machen wir eigentlich, wenn noch mehr kommen? Man hört, aus dem Bundesamt für Migration wird sich intern auf eine Million vorbereitet, obwohl Sie wissen, Sie haben nur für 300.000 Leute überhaupt Plätze, wenn man die hier dazu rechnet, die jetzt gerade im Bau sind. Selbst die offizielle Zahl, 450.000, ist ja schon völlig absurd. Wo sollen die denn alle hin? Wer soll die versorgen? Wer soll die betreuen? So viele Sozialarbeiter haben wir überhaupt gar nicht in Deutschland, die die vernünftig eingliedern. Also brauchen wir eine, so bitter das klingt, rigide Abschiebepraxis. Wer nicht bleiben kann, weil er nicht die Voraussetzungen erfüllt, der muss auch gehen, weil wir können es langsam nicht mehr schultern und der Widerstand im Volk wächst. Und ich sage immer den Leuten von der Linkspartei, denen dann sagen, du bist ja ein Rassist und du bist ja ein... Ich sage, pass mal auf Leute, wenn ihr nicht eine rationale Lösung anbietet, wie wir mit dem Problem umgehen, dann haben wir irgendwann die irrationale Lösung von SA-Schlägerbanden auf der Straße. Vorher müssen wir was tun, bevor es zu einer Eskalation kommt, bevor weitere Heime brennen. Was soll denn jemand machen, der ein bisschen dumpf im Kopf ist und mitkriegt, okay, da gibt es ein Asylgesetz, das wird nicht angewendet, wenn ich ein Hakenkreuzbinde trage, komme ich in den Knast, aber die dürfen machen, was sie wollen, also das finde ich's Heimmann. Das bleibt ein Verbrechen, das ist keine Frage. Aber man versteht doch den Denkhorizont. Aus Verzweiflung darüber, dass nichts passiert, kommt zu irrationalen Handlungen. Also brauchen wir in der Gesellschaft rationale Strategien. Ich habe die auch nicht, niemand hat die alleine. Wir brauchen einen intensiven gesellschaftlichen Diskurs und nicht diese ständige Diskursverweigerung, diese ständige Nazi-Keule raus, wenn einer auch nur Fragen stellt. Die Bürger werden beschimpft, weil sie sich in der Versammlung dagegen wehren, dass Leute in ihre Stadt kommen. Nee, die Politiker müssen beschimpft werden, die Zustände zulassen, dass die kommen müssen. Das ist das Problem. Wir haben ein so beliebtes Argument in dieser Debatte, gerade was die Integration von Türken und Arabern betrifft, da wird immer gesagt, naja, die können ja keinen Respekt vor uns haben, weil wir ja gar keinen Respekt vor unserer eigenen Kultur haben. Lass uns mal dahingestellt, ob das stimmt. Das ist aber kein Argument. Auch wenn wir gar keinen Respekt vor unserer eigenen Kultur haben, sie haben Respekt zu haben. Weil Respekt ist die Grundlage für Toleranz und Sozialität. Wer den anderen nicht respektiert, ist überhaupt gar kein vernünftiger Gesprächspartner. Natürlich müssten wir was tun, um unsere eigene Identität zu stärken. Das sehe ich auch so. Und wir müssen wieder sozusagen zu einem Nationalgefühl zurückfinden. Aber dass wir es im Augenblick nicht haben, ist kein Grund für die anderen, uns respektlos zu behandeln. Das ist keine Ausrede. Hören Sie aber von jedem Grünen. Wie soll man die Landnahme verhindern? Wäre jetzt ein Extrathema. Machen wir vielleicht eine Diskussion. Dann kommt immer die Frage an mich, sollen wir Bürgerwehren bilden? Da will ich ganz deutlich darauf antworten, ja. Aber nicht Bürgerwehren gegen die armen Asylanten, die marodieren durch die Städte ziehen, wie manche das beschreiben, was ja auch völlig übertrieben ist. Die 90 Prozent lassen sich ja nie was zu Schulden kommen. Wir müssen Bürgerwehren bilden, die die Verwaltungen beaufsichtigen und kontrollieren. Dass die Leute abgeschoben werden, dass die Heime ordentlich geführt werden, dass Straftaten als Straftaten behandelt werden. und dass die Staatsanwälte und die Richter was tun. Dafür brauchen wir Bürgerschutzkomitees, die aufpassen, dass die Verwaltung endlich mal die deutschen Gesetze anwendet. Denn wir haben für fast alle diese problemfällige Gesetze, aber sie werden einfach nicht angewendet. In diesem Sinne, engagieren Sie sich, tun Sie was, warten Sie nicht auf die anderen, die anderen kommen nicht, wir müssen es selber machen. Jetzt hätte ich fast gesagt, Rotfront. Applaus Vielen Dank.